The Overwatch is coming, the guys you left so running, the Overwatch is coming, heroes never stop. Ja, und wir sind momentan so knapp 250 Punkte, einige sind ein bisschen näher dran, also David haben vor diesem Match, glaube ich, 10 Punkte bis Platin gefehlt, also wir sind alle auf diesem Sprung Richtung Platin und dahingehend ist natürlich jedes Match momentan super intensiv, ja und diese Partie, die ihr heute seht, war ganz besonders spannend, denn die Gegner waren unfassbar stark, es war ein richtiges Hin und Her und ich hoffe, ihr genießt die Partie, verzeiht ein bisschen, wenn nicht alle Mikros so gut sind, wie es normalerweise die Mikroqualität in den Gameplay-Videos zu bieten hat, das liegt einfach daran, wir nutzen Discord und nicht jeder hat ein professionelles Mikro. Also ich wäre ja fast schon so vor wegen wenigstens Geschütze in Gang aufzustellen, wenn die da vorstehen, weil das, nee, ich wechsle dann sofort aufs Ende. Nein, nein, niemals, abgelehnt, Passierschein 2B abgelehnt, kein Multibus. Ich habe Passierschein A, ich bleibe ich. Na ja, wenn du Torbjörn oder was anderes als Zenyatta spielen willst, dann brauchst du halt mal Passierschein XZB12 und den kriegst du nur im Amt in München, weil das ist das Langsamste überhaupt. Den kriegst du nur im dritten Stock und da sind Zombies. Kein Problem, ich kenne fünf Leute, die da im Amt schaffen. Das sind Cyborg-Zombies. Den habe ich morgen da. Oh, guck mal hier, das ist aber eine schöne Zweisamkeit, wie wir uns in die Augen schauen, beziehungsweise in die Roboter-Augen schauen. Ich habe noch keine Genji-Mercy-Shipping, doch, ich habe Genji-Mercy-Shipping. Doch, definitiv, gerade weil sie ihn gerettet hat. 10 Sekunden, jetzt geht jeder nochmal in sich und sucht seinen inneren Punkt. Tun wir doch, ich schaue in die Augen von Kovaita. Ich schaue in den Schritt von Zen. Ich zeige in tief. Wie nennt man diese Roboter-Filie? Ja, wo ist... Ich glaube, das ist jetzt noch unser Objekto-Filie. Wirklich? Ja, der Reaper ist oben auf dem Dach drauf, Vorsicht. Oh, wow. Ja, Reaper ist discordant. Und ist hinter uns, hinter dir, Saxonium. Ja, gut. Vorne ist Mert, das hat mich schießt. Saxonium. Achso, ne, komm weiter, ist da vorne und alle sind am Leben. Ich versuche gerade... Ja, okay. Dass man immer alles selber wegmachen muss. Ich hab den nicht gesehen, ich hab den gesucht, aber ich bin nicht gefunden. Bei dir wissen wir doch, du kannst es. Ich hab mich nur umgedreht und Charge gedrückt. Einfach dem Reaper-Filie schlagen. Äh, Saria hat auch... Äh, Liquiddown. Reinhoff hat auch... Ich komm mal, komm weiter, äh, da. Ich weiß gar nicht, wie nicht, als heilen soll. Ihr kriegt alle so viel Schaden. So, der Reinhoff... Aber es war schön, das war sehr schön. Äh, ne, Faras, äh, achso, das ist unsere. Sen ist da. Äh, die Saria ist tot. Äh, noch einer, die fragt es schön. Reaper ist nur noch da. Ja. Lagen wir den mal. Genji hat Heidou. Genji? Ne, äh, McQueen. Philipp, komm mal ans Fenster. Genau. Saxonio hat Heilung. Sehr schön. Nice, nice. Super gemacht. Äh, warte, ich geh mal kurz, du komm weiter. Achtung, Reaper. Okay, gleich mal wieder. Mehr Druck. Ja. Ich bin glücklich, der McQueen von denen ist nicht gut. Der erste McQueen, den ich sehe, der nicht gut ist. Äh, Philipp, du musst zurückkommen, du musst zurückkommen. Ich komm nicht zu dir hin gerade. Reinhoff hat auch. Ja, bin ne Ahnung. Alles gut, alles gut. Saria hat auch... Ich muss mich entscheiden, entweder bleib ich bei der Fracht oder... Ich hab übrigens Ulti. Das sind drei Leute halt an... Eigentlich bist du... David, hast du irgendwie kombiniert. Ja, deswegen uns fehlen einfach Leute an der Fracht. 70%. 70%, okay. Ja, jetzt ist es gut. Binden wir auf dem Weg. Ja, ja, alles gut. Wir stehen oben, Achtung. Warte, ich... Nice, das ist ein Ult. Nice, das ist ein Ult. Ja, ja, ja. Danke dafür. Ich bin ne May, ja. Philipp, wie sieht das aus? Bist du da? Ich bin da. Dann werde ich jetzt gleich, äh, sobald der bei denen abgeklungen ist, äh, Ult ausbauen. Achtung, der hat da noch Ulti. Reaper hinter uns, Reaper hinter uns. Ja. Ich warte auf dich. Jetzt. Okay, ich bin down. Danke. Mal, versuch die Mastik kaputt zu machen. Verdammt, Starne. Rein hat das auch. Schön gemacht. Ja, ja, auch dann. May auch noch erwischt. Richtig schön, Leute. Rein hat auch. Gute Zombie. Ich pushe generell einfach mal ein bisschen nach vorne, damit ich die... Ja, ich komm mal mit dir. Zurück dränge. Äh, noch einen an die Frachtplätze von euch. Ich bin vorne bei David. Äh, pass auf, Monkey von der Seite. Ja, hat sich nicht eingeschossen. Ja, dumm. Ich muss zurück, Philipp, weil ich kriege ich dich so... Monkey hinter uns. Warte, Monkey ist hinter uns. Ja, genau. Reaper von oben. Oh, der Reaper ist hinter uns. Passt auf. Abquillung über der Fracht. Haben uns alle erwischt. Außer Conviter. Und Saxon. Ich bin ja tot gewesen. Ich habe jetzt wiedergekommen. Na, ah, ja. Okay, ich würde aber auch noch erwischt. Okay, warte, sammeln. Wartet auf Saxonium. Komm weiter. Nicht alleine reinlaufen. Reaper auch. Ja. Vorsicht, der ist direkt hinter dem Auto. Wenn er wieder OT hat, müssen wir aufpassen. Pass auf, den Reaper muss weg. Meiner, wie, ich booste dich ein bisschen. Vielleicht kannst du dem sein. Achso ist da an der Seite. Ich habe jetzt meine, okay. Ja, ne, das ist ausgesperrt. Tot, tot, sehr gut. Nice, kann weiter. Warte, David. Okay. Reaper hinter uns wieder. Die sind echt ganz gut. Die geben mir die... Ja, die flankieren. Die machen das, was wir machen sollen. Merci is down. Ja, und vor allem kriege ich keine Charge bei denen. Oh, Saxonium. Oh, nein. Ich krieg nicht. Warte, du stehst ja auf. Okay. Oh, ich bin gestunt. Ich bin gestunt. Jo. Oh, ich habe es überlegt. Der hat mich überfahren. Philipp auf die Seite. Auf den... Ja. Nur noch May. Affe hinter uns. Aber jetzt müssen wir dann wieder an die Fracht. Haben wir jemanden dran? Jo. Bin dran. Die May ist echt... Ja. 97% vom Ulti bei mir. Der Affe ist noch oben lang. Achtung, wir haben hier oben einen Reaper. Ja. Monkey ist oben. Ich habe Ulti. David. Ja. Ah, ich... Shit. Okay. Ich bin eingefroren. Ich würde auch nicht überleben. Vermutlich. Ja. Wir sind... Bleiben wir da vorne. Aber ich habe jetzt auch Ulti. Also wir können die wieder zusammenziehen. Affe hat... Shit, 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 shit. Wir müssen hier raus. Wir müssen raus. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Nö. Bin nicht mehr weggekommen. Ich hatte keine offene Bahn zum Gleichen. Okay, ich bin mit Philipp noch dran. Ja, Philipp, pass auf, pass auf, pass auf. Philipp hat es, glaube ich, Ulti. Oder? Ja, ich meine, nur generell Conviter könnte auch. Egal. Hack mal alle drauf rein. Ja. Obwohl einer von euch beiden sollte sparen. Also Philipp oder Conviter. Ja, dann spare ich erstmal auf. Okay. Okay. Äh, sammeln und dann... Okay. Wir sind alle da. Philipp, sag, wenn du in Position bist. Da ist ein Reaper links. Sorry. Scheiße. Ja, ist okay. Na, der hat sich wiederholt. Schön. Reaper kommt von der Seite. Ja, ich bin aber down. Ach, schade. Egal. Der Reaper ist immer noch. Wir kriegen das noch. Hey, 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 hey. Reaper und Afe sind hinten. Ach, scheiße. Nee, ich bin auch alleine so auseinandernehmen können. Hm. Der Reaper ist ein Problem. Der lenkt uns die ganze Zeit ab und dann kommen die von vorne noch drauf. Ja, wir müssen mit... Die Ultis müssen langsam kombiniert werden. Jetzt müssen Philipp und... Einfach... Ich hab'n Reaper... Och, Mann. Dann muss ich wieder raus. Bin down. Der Reaper hat noch 5% auf. Ähm, Ultis. Der Reaper hat noch 5% aufgehen. Ich instant eingeforgen bin. Was ist das denn? Ja, da hat mir auch so viel Schaden, das verstehe ich gerade nicht. Ich bin dafür, dass wir uns sammeln, und vielleicht alle oben durch dieses kleine... Ja, 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 aber da ist gerade ein Monkey. Ja. Also mal so ein bisschen anderen Weg nehmen. Ja, ja, nee, ist richtig. Achtung, Reaper vorm Spawn. Also rechts hoch. Also gleich hier noch mitnehmen. Oh, da. Ich hab'n Problem mit dem Reaper. Ja, aber den kriegen wir jetzt weg. Nice. Sehr schön. Warte, Philipp. Okay, gut. Ah, die Kommelzeit-Kartierung. Irgendjemand ist hier vorne drin, der grad wegfliegt von mir. Soll ich jetzt? Ja. Geht rein, ich hab Ulti gezündet. Ah, jetzt sind die nicht beieinander. Ach, der Apfel. Ja, aber wartet nicht ewig, ey. Wenn wir den Ulti so lang aufschieben, ist das nicht gut. Ja. Apfel ist hinter uns. Ja. Apfel hat auf. May ist down. Mercy ist down. Bin am zu... Ah, Reaper schon wieder. Apfel hat Ulti. Ja. Apfel ist disco. Ist down. Apfel ist tot. Und... Wir sollten jetzt dann echt mal... Ja, ihr müsst, Leute. Jetzt schieben wir nur noch die Zaya. Da sind jetzt drei. Drei im Landach. Zaya down. Jetzt. Ja, keine Ulti für Schöne. Was, tschö! Nein, der hat sich rausgeholt. Ja, das war ja super schlecht von mir. Okay, da muss Philipp sein Ulti selbst hinter uns. Reaper, 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 Reaper. Philipp muss jetzt selbst raushauen. Nicht warten, Philipp. Wenn du eine Chance siehst. Ja. Ich hab jetzt erstmal die Zaya-Ulti... Äh, Siliat haben wir nicht getriggert. Aber ich bin noch down. Ich hab noch einen Rest. Ja, ich hab drei erwischt. Ja, ich bin eingefroren. Einfach drauf. Nein, einfach drauf. Das ist ja nicht da. Down. Ich hol den Reaper weg. Hoffentlich. Nur noch Reaper in einer Form. Come, 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 come. Come, come. Come, come. Come down. Ja. Da kommt der Monkey noch. Puh, ich hab ne Verwehrt. Versuch die Mörse kaputt zu machen. Ah, ne, ist auch wieder da. Die Fokus in mich. Shit. Ach, jetzt kam. Stirb, stirb, stirb rein. Bin noch an der... Fracht. Weiten Weg nach vorne. Ja, wenn doch. Shit. Ja, der Affe hat halt... ...mich weggeholt jetzt gerade. Diese Affe-Reaper-Kombination ist leider ziemlich gut. Schade. Ja, das Problem war einfach, dass der Reaper ständig von hinten kam. Die Gegner waren nicht gut individuell, aber... ...die waren richtig gut zusammengespielt. Jo. Ja, komm. Dann machen wir das halt jetzt auf die... Ja, das Ding steht ja eh drin. Also, das ist ja... ...wenn wir es vorher aufhalten. Das ist ein weiter Weg. Ja, das stimmt auch wieder. Sollten wir mal kurz überlegen. Sei es Symmetra... ...May oder... ...Wir werden... ...was anderes nehmen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch heute Symmetra haben. Ja, Philipp... Symmetra auf deren Map ist nicht so gut. Nee, gefällt mir auch nicht, um ehrlich zu sein. What? Da hätte ich lieber... ...Solcher oder so vielleicht. Ja, wenn sie eine Pharah haben oder... ...ja, gut. Ich dachte, für den Torbogen. Ja, aber das Problem ist, dass es zu offen ist. Die können von vielen Seiten kommen und die Dinger... ...stehen sie außen rum. Beim Torbogen kannst du die Laser echt überall wegnehmen, gefühlt. Okay. Ja, rutsch. Schauen wir mal, wie es so funktioniert. Vertrau uns, wir sind Ärzte. Lass uns Arzt, wir sind durch. 15 Zuschauer, schönen guten Abend. Sorry, wenn wir gerade etwas angestrengt sind. Und übrigens, weil ich es gerade wieder sehe, Moin, kann man immer sagen. Weil wir es gerade davon hatten. Moin. Oder Servus. Ich habe es bei meinem Fahrlehrer eingeführt, morgen zu sagen, um 19 Uhr... Was hast du bei der Fahrlehrer eingeführt? Und dann meckern, wenn andere versaut sprechen. Tja. Mach ich aber so wie der andere und stell mich hier oben auf das Dach. Okay. Und T-Baggen. Und T-Baggen gerade auf das Dach? Ja, wir sehen es. Ah, ja, tanz. Es ist tanz, kein T-Baggen. T-Baggen ist ja verbunden. Ich T-Bagge ja auch nicht. Du, ähm... Sit-Ups machen. Ja, ich glaube, ich hätte gerade in der Runde echt am Ende auf Anna vielleicht wegsetzen sollen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht meine beste Saria gespielt. Wenn es mit Social nicht klappt, switch ich auf Mai. Ja, das ist gut. Okay. Das fällt einem ganz später ein, wenn der über 40. Reaper ist in den Raum rein. Ich habe auch einen McCree. Ich habe irgendwas gescordet, habe ich es gar nicht gesehen. Ich versuche mich gleich mal ein bisschen schärfen, einen Reaper zu kümmern. Ich habe auch einen Rortog. Wo ist die Ender? Wow, ich bin gepackt. Ich bin down. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so geil. Der McCree ist tot. Äh, ne, der Rortog hat mich. Bin dann weg nach vorne. Direkt von dem Haus runtergezogen, also so. Der Reaper ist tot. Ja. Ich habe hier einen Heel aufhängen gestellt. Oh, Rortog. Ach, natürlich. Das war ein Freund, der Rortog. Wo wir heute gerade erst das Video... Ja, durch die Wand schon wieder. Oh, nicht Rachen. Ich habe Ult. Können wir irgendwie uns zusammenfinden? Äh, Reapers. Eben, wo ist ein Reaper hinter uns, glaube ich. Ja, hinter uns. Alle Fracht, alle Fracht. Weg, weg. Wir dürfen uns von dem Reaper nicht so... Wahnsinnig machen. Ja, aber Ansagen ist ja schon richtig, wenn der hinter uns ist. Ja, ja. Damit sich alle umdrehen, draufhauen, nicht wegrennen. Dann ist ja gar kein Problem. Ich habe jetzt mal Ult rauskauen. Nein, ich bin gepackt. Der Rheinert hat mich. Erfolgreich genug. Schade. Und der Rheinert verprügelt mich, ja. Der Rheinert ist die Treppen hochgegangen. Ich bin hier allein. Ja, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Sieht euch zurück. Ich versuch's, aber... Nicht zu weit alleine vorne bleiben. Lass sie passieren, bis der Rest da ist. Ist wichtiger, als wenn der von vorne laufen muss. Ach, du bist immer noch ganz wichtig. Vorne. Ja, ich war da nie weg. Aber wir haben einen Pick jetzt. Die Anna ist weg. Oh, scheiße. Schade. Wir sind minus eins. Danke, YagoBot, für den Follow. Ach, wo ist denn der Magui? Von hinten, von hinten, von hinten. Achtung. Boah. Okay, gerade noch überleben, so. Der Rekai. Das war ja auch irgendwie klar, dass das von hinten kommt. Ich habe den Rotor-Gang gar nicht. Reinhard hat auf. Ich würde impfen von der... Reinhard ist... Ach, scheiße. Hab wieder Ult rausgehauen. Vielleicht können wir da was machen. Mehr auf die Ansagen von Anti hören, wie er discordet. Reinhard ist discordet, er ist auch gebacken. Ich habe jetzt mal Jungle weggemacht. Ach, McCree. Ich bin down. Schönen gut. Reinhard ist weg. Vorsicht, McCree ist geoffen. Achtung, wir sind zu zweit, wir müssen raus. Außer wir können noch ein bisschen was verursachen. Irgendwie müssen... Dass der Rest da ist. Jetzt bin ich... Ich halte dich gerade noch auf. Nein, nein, ich bin auch da, ist okay. Ich bin auf dem Weg, wir sind fast um die Ecke. Aber auch Harald ist... Ah, jetzt bin ich tot. Scheiße. So, nicht da rein, nicht da rein. Warte, warte, warte. Ich gebe dir Schild. Da ist du. Der Reaper kommt schon wieder. Zu hibbelig gerade. Reaper geht hinter uns. Reaper ist hinter euch. Schön, sag Sonja. Minus eins. Oder plus eins. Besser gesagt. Reinhard hat auf. Das Schild mal runternehmen, wäre nicht schlecht. Ich brauche dringend hier... Ich hau drauf mit... Warte, wo bist du? Da bist du. Achso, du bist... Komm mal an den Balkon. Philipp. Ja. Alter, gestunnt. Scheiße. Ich kriege den fucking Roadhog nicht down. Was? Reaper von hinten, wieder Achtung. Na, verdammt. Zu spät gewesen. Ich könnte ulten. Wie sieht's aus? Alter, McCree ist bei uns auf dem Balkon. Vorsicht. Anna hat Discord. Anna hat... Wie viele sind vorn? Äh... Ich glaub nur auf jetzt zwei. Andi und ich. Ach Gott. Ich bin auch, aber... Nee, der McCree hat mich geholt. Ich ulter die jetzt, sobald alle da sind und dann hauen wir gemeinsam drauf abwissen. Aber da müsstet ihr jetzt, Brudel... Schneller machen! Da oben ist McCree mit ner... Merce... Alle da? Ja, ich bin gleich wieder dann jetzt drauf. Irgendwie drauf. Ja, gut. Das war mal. Das war nett. Ich hoffe, ich repose von hinten und so irgendwo. Oh. Na, oh. Nice. Nice, Saxonio. Nice. Das waren jetzt zwei Doppelkills und ein Dreifachkill in der Reihe. Ja, bei mir das... Anna, Anna... Kommst du nicht so weit von der Fracht weg? Ja. Ja, hier können sie auch von der anderen Seite kommen. Wir müssen aufpassen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab nach hinten ein bisschen... Ich hab hinten ein bisschen im Auge. Hm. Jetzt müssen wir halt wieder auf deren... Ich geh mal oben drauf. Ja. Ich hab... Wow. Saxonio, sag du vorne an. Ich hab hinten im Blick. Äh, vorne ist Vortrag. Ich hab ne Tüger auf dem Balkon. Also hier sind drei Mann. Vier Mann. Diva ist wieder runter. Ne, was ist geboostet? Oh, fuck. Shit. Wow. Fuck. Goddammit. Verdammt. Ich hab zwei Schüsse und man ist tot. Ja, der war geboostet halt. Ja, ja. Das mein ich. Ich bin noch am Ding. Ich hab auch meine Ulti ready. Okay. Ich hab vorhin gesagt, der McRee von denen ist schlecht. Das war ein anderer, glaub ich. Ich hab die alle eingefroren, Tost. Wir müssen die Mercy wegkriegen. Mercy hat Orch. Ich sag so, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Der ist doch noch irgendwo ein Roadhog. Ja, der ist längs ums Eck. Wir müssen aufpassen, die könnten oben durchs Fenster kommen. Ich hab 94% von Ult. Also wenn wir die jetzt hier aufhalten können, dann kann ich die in den letzten Sekunden zurückhalten. Ich hab hinten im Blick. Okay, ich hätte Ult. Da ist Diva, Diva ist oben im Fenster. Ja, im Fenster, Diva. Und die von hinten. Eine Stunde, ja. Oh, er hat mich erwischt. Ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot. Diva, guck mal oben. Ich hab grad kein Schild. Jetzt sind alle Ults bei denen raus. Und ich hab auch Ult raus. Mercy weg. Mercy ist tot, ja, genau. Eingefroren. Eingefroren, eingefroren, eingefroren. Er ist auch da. Ah, hinten ist das ein Ding, ein McCree. Scheiße. McCree hat mich, sorry. Aber jetzt ist es fast nix mehr, das hier ist. Noch ein Weeper. Oh. Oh, da hab ich mich zu früh wieder ausgefroren, aber gut. Nur noch der McCree, oder? Der nachgeht vor und halt sie auf. Ich geh nach vorn. Alter, kalt, kalt. Der McCree muss weg. Ja. Was macht der? Die Mercy ist da, die Mercy ist da. Also, Leute. Lebt der McCree noch? Ja. Nee, er ist tot. Ja. Nice. Komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Das war der härteste erkämpfte Sieg, den wir in langer Zeit hatten, glaube ich, ey. Ja, zum Ende des Endes habe ich auch ziemlich schlecht gespielt. Danke jedem Mager extra für den Follower. Obwohl, die Runde vorne auf Ilioth war um einiges härter. Aber, aber die war... Ja. Aber ganz ehrlich, die hatten einzelne Leute halt, die echt stark waren. Also, der Reaper war ja... Oh, ich sehe da jemanden, der Platin ist. Spoiler. Das war schon die ganze Zeit, war letzte Runde schon. Verzeihung. Was habt ihr eigentlich alle? Ja. Ja, du spoilerst immer. Man möchte das, weißt du, diesen Moment, wenn die Punkte hochgehen und diese Ungewissheit. Ich hoffe, Con weiter meinte mich, sonst bin ich böse. Nee, ich meinte mich. Nein, warten. Es wäre ein bisschen los. Ja, ich sehe es auch schon. Ich sehe es schon. Schade, mein Farrah-Ulti-Kombi mit David hat nicht funktioniert. Aber, ja. Hey, wir haben gewonnen. Alles andere ist egal. Ohne Quatsch. Na, 9-12. Ah, gut, Mercy. Alter, mein Puls ist jetzt schon wieder nach der ersten Runde. Ja. Das ist absurd. Das gleiche wie immer. Ranked Halt. Ja, der Jakob sagt es richtig. Ach ja, Mercy Highlights. Uuuh. Wow. Um zwei Punkte habe ich Platin gekriegt. Geht selbst. Ich muss sagen, ich habe eine Menge Punkte gekriegt und mir fehlen jetzt 10. Cool. Ich habe jetzt abordentlich viele Punkte bekommen. Ich muss jetzt mal ganz kurz rechnen. Und dann kann das gerneitz timenę. Okay.